Herzlich Willkommen beim Brave in One Podcast. Wir sind Tim und Alin und wir haben es uns auf die Fahne geschrieben, Paaren dabei zu helfen, eine glücklichere und erfülltere Beziehung zu führen und dabei mutige Schritte in die Zukunft zu gehen. Jede Woche teilen wir hier mit dir Gedanken und Erfahrungen zum Thema Partnerschaft. Schön, dass du heute dabei bist und etwas Zeit mit uns verbringst. Wir wünschen dir ganz viel Spaß in der heutigen Episode. Hallo und herzlich Willkommen hier wieder zu einer neuen Podcast-Folge. Richtig schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Heute geht es um das Thema bewusste Beziehung führen und das Witzige ist, wer die letzte Folge gehört hat, wir hatten nämlich auf Instagram abstimmen lassen über eine Let's Talk About Folge, wo ihr das Thema bestimmen könnt. Und da war bewusste Beziehung jetzt schon zweimal ganz knapp, nur der zweite Platz. Und dann haben wir gesagt, nee, wir lassen die nicht nochmal abstimmen, wir wollen jetzt über bewusste Beziehung sprechen. Also haben wir natürlich den ersten Platz letzte Woche bearbeitet, also Entscheidungen treffen wir jetzt Paaren, auch super gut, könnt ihr super gerne auch mal reinhören, aber haben uns direkt dazu entschieden, auch eine normale Podcast-Folge darüber aufzunehmen, wie man eine bewusste Beziehung führt. Und zu Beginn einmal? Genau, zum Beginn wollen wir einmal kurz für euch so ein bisschen umreißen, was eigentlich so der Unterschied zwischen bewusst und unbewusst ist, weil vielleicht für den einen oder anderen, wenn du das jetzt hörst, ist das vielleicht noch gar nicht so klar. Und für uns war das lange Zeit auch irgendwie so ein relativ schwammiges Thema oder schwammiger Begriff. Und genau, wir wollen dir in dieser Podcast-Folge einfach mal so ein bisschen erzählen, was wir darunter verstehen. Das kann, andere Leute haben eine andere Meinung zu oder eine andere Sichtweise darauf, aber wir teilen in dieser Folge einmal das, was wir darüber denken. Richtig. Genau, einfach auch auf das Thema Beziehung bezogen. Also, was heißt bewusst für uns? Bewusst heißt in erster Linie auf das Thema Beziehung und Partnerschaft bezogen, dass man nicht mehr weg, sondern hinschaut. Und das ist ein ganz wichtiger Step, den man da einfach in seinem Kopf gehen darf, weil man oftmals auch die Dinge, weil man gerne wegschaut. Es ist einfacher, nicht auf die Dinge zu gucken, die vielleicht nicht funktionieren, sondern dass man einfach erst mal beginnt hinzuschauen und einfach die Dinge so annimmt, wie sie sind. Weil nur, wenn du das tust, kannst du auch eine Veränderung herbeiführen. Wenn du nicht hinschaust, dann kannst du auch nichts verändern. Und das ist so ein bisschen so das Mindset, mit dem wir auch so an unsere Beziehung drangehen. Genau. Und das Unbewusste ist, dass du dich von deinen Prägungen, dass du dich von deinen Konditionierungen leiten lässt. Das heißt, alles, was du vielleicht in deiner Vergangenheit irgendwann mal erlebt hast, was vielleicht auch nicht so cool war, vielleicht irgendwelche Dinge in deiner Jugend, in deiner Kindheit, die du vielleicht gar nicht mehr so greifen kannst, die einfach aber da sind und du in der jetzigen Zeit oder in deiner jetzigen Situation danach handelst, dass du die gar nicht mehr hinterfragst. Das können zum Beispiel, nur ganz kurz, das können zum Beispiel Schutzstrategien sein, das können Glaubenssätze sein, die du irgendwann mal entwickelt hast, die zu diesem Zeitpunkt total hilfreich waren, aber die dich jetzt eigentlich nur hindern. Aber im Unbewussten lässt du dich halt einfach davon leiten und du hinterfragst das nicht. Ja. Und an der Oberfläche tritt dann sowas meistens irgendwie auf, dass irgendwas nicht funktioniert oder irgendwelche Konflikte immer wieder auftreten. Du stößt an, du eggst an. Du eggst an, genau. Aber du kannst nicht so ganz, du kannst nicht so sagen, wo kommt das jetzt her? Genau. Und vielleicht sagst du dann einfach auch so, ja, so bin ich halt. Oder das war schon immer so und wird auch immer so sein. Das ist halt einfach Teil meiner Identität. Und wenn du das tust, dann nimmst du dir selber die Möglichkeit zu wachsen. Und ja, das ist so ein bisschen das, wo wir sagen, hör mal, da lohnt es sich mal hinzuschauen. Alles lässt sich transformieren, alles lässt sich ändern, wenn man beginnt hinzuschauen und mit seinem Bewusstsein da reingeht. Und ich finde das so spannend, weil wirklich, ich meine, wir sind jetzt irgendwie, keine Ahnung, neuneinhalb Jahre oder so schon zusammen. Und das Spannende ist, dass man, also dass sich wirklich jetzt in den letzten Jahren echt einiges geändert hat, auch so an Erwartungen an die Beziehung. Und viele merken einfach, dass da noch viel mehr möglich ist. Früher hat man einfach nur aus finanziellen Gründen geheiratet oder weil das halt irgendwie praktisch ist oder weil man das so gemacht hat. Dann wurde irgendwann aus Liebe geheiratet. Und jetzt mittlerweile merken immer mehr, ja, ich heirate aus Liebe, ich komme in eine Beziehung aus Liebe, aber ich habe auch gewisse Erwartungen oder einen gewissen Anspruch. Ich möchte, dass es sehr tief und intim und sehr, ja, bewusst einfach ist. Und wir möchten euch nochmal an dieser Stelle sagen, das ist nicht, also sowas kann man nicht erwarten von heute auf morgen, sowas kann man nicht erwarten innerhalb von einem halben Jahr. Das kommt natürlich darauf an, in welchem Stadium ihr quasi zusammenkommt. Grund, aber jeder muss oder darf, darf gewisse Dinge einfach anschauen und bearbeiten und die hat jeder, 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 jeder. Timmer und ich hatten jetzt keine riesigen, arg schlimmen Probleme, wo man dachte, durch diese Krise sind wir gegangen und deswegen machen wir jetzt, unterstützen Paare dabei. Nee, wir hatten das eigentlich nie, aber wir sind diesen Prozess gegangen bis hin zum Powercouple und zu bewusste Beziehung und teilen das halt mit euch. Und ich möchte einfach nur nochmal an dieser Stelle sagen, bevor wir jetzt gleich nochmal tiefer reingehen. Jeder Partner triggert etwas anderes auch in dir. Ganz kurz, ich muss da nochmal einmal kurz reingrätschen, weil ich das nicht ganz so hundertprozentig unterschreiben kann, dass wir nie Probleme hatten. Also wir hatten schon unsere Themen, die wir bearbeiten durften. Also das hört sich jetzt so an, als wäre irgendwie so von vorne bis hinten alles immer Friede, Freude, Eierkuchen gewesen. Nein, nein, nein. Aber so ist es einfach nicht. Wir haben nur angefangen hinzuschauen und an diesen Themen zu arbeiten. Nee, gut, dass du es nochmal sagst, das soll auf gar keinen Fall so vermittelt werden. Das merke ich auch gar nicht. Aber ich meine damit halt voll viele, die halt so rausgehen und das Thema Beziehung und Ehe und so weiter nach draußen tragen wollen. Die hatten halt irgendwie so voll die krasse Krise, waren einmal getrennt und so, weißt du? Aha. Das hatten wir jetzt halt nicht. Aber ist gut, dass du es nochmal sagst. Genau, also ich möchte einfach nur nochmal sagen, dein Partner ist halt dein Spiegel und der spiegel immer etwas anderes auch. Also du darfst da einfach hinschauen und die Sachen bearbeiten. Und wie gesagt, die hat jeder. Und nimm es aber bitte an als Prozess. Keiner ist direkt in einer bewussten Beziehung, weil einfach jede Konstellation, also du kannst jetzt nicht den Partner wechseln, das möchte ich eigentlich damit sagen, du kannst jetzt nicht den Partner wechseln und beim nächsten Partner erwarten, oh, jetzt haben wir eine bewusste Beziehung. Denn es ist jedes Mal auch anders. Du nimmst deine Probleme halt auch immer mit. Ja, genau. Richtig. Und die werden halt immer anders gespiegelt. Also da einfach nochmal, bewusste Beziehung ist ein absoluter Prozess. Aber es lohnt sich auf jeden Fall hinzuschauen und die Dinge anzugehen. Genau. Und ich habe das gerade so in so einem Nebensatz gesagt, wenn du mit dem Partner wechselst, nimmst du deine Probleme mit. Aber letztendlich ist es genau das, worum es auch hier geht. Du bekommst in deinem Leben, bekommst du bestimmte Herausforderungen gestellt. Und solange du nicht anfängst, da hinzuschauen und zu gucken, woher die eigentlich kommen, dann kommen die halt immer und immer wieder. Und ja, also dein Partner ist halt der perfekte Spiegel, der dir halt diese Bereiche aufzeigt. Und wenn dein Partner dich in manchen Bereichen besonders triggert oder irgendwas, dann hat das meistens einfach die Ursache, dass irgendwas in deiner Vergangenheit gewesen ist, was dieses Verhalten auslöst. Wir wollen da jetzt gar nicht so sehr in die Tiefe reingehen, aber du darfst für dich selber einfach mal genauer hinschauen, wo das Ganze herkommt. Du kannst deine Familie befragen, was vielleicht auch irgendwann mal in deiner Jugend, Kindheit passiert ist, dass dieses Verhalten zutage tritt irgendwie. Was wir halt beide immer anstreben, ist gegenüber allen Themen irgendwie so eine gewisse Neutralität zu haben. Natürlich gelingt uns das nicht immer, weil wir natürlich auch eine Meinung haben. Oder halt auch geprägt sind. Ja, aber es sind halt keine riesigen Peaks oder keine riesigen Ausschläge, die uns jetzt in die eine oder andere Richtung krass beeinflussen, sondern wir haben dem Leben gegenüber einfach auf eine gewisse Art und Weise eine Neutralität gegenüber. Und ich weiß, dass jetzt der eine oder andere, der gerade zuhört, der sagt jetzt vielleicht, hör mal, das bin aber ich, das ist Teil meiner Identität. Und das ist der größte Prozess, den du jetzt an der Stelle gehen darfst, weil … Wenn du dich damit assoziierst und identifizierst, wirst du das auch nicht transformieren können. Genau. Und letztendlich sind das alles wie, ja, so Erinnerungen oder so Ereignisse, die du rückwirkend betrachtest, als deine Identität ansiehst. Und auch wenn das schlechte Dinge sind, identifizierst du dich unter Umständen mit denen und die haben einen Einfluss, einen Impact auf dein jetziges Leben. Das heißt, das, was du jetzt gerade da tun musst, ist, deine Identität zu ändern. Und das ist harte Arbeit und das erfordert verdammt viel Mut, da hinzuschauen, bei Dingen, die vielleicht auch richtig kacke gelaufen sind. Aber die zu transformieren und da eine gewisse Neutralität reinzubringen, das verändert dein Leben im Hier und Jetzt. Richtig gut. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder so dieses, ja, dieser Identitätsshift, da wollen wir jetzt nicht zu tief drauf eingehen. Das wäre nochmal eine ganz eigene Podcast-Folge, weil es geht ja auch immer um die Einzelperson. Wir sprechen jetzt hauptsächlich auch als Paar. Aber natürlich, ihr könnt euch das so vorstellen, wie so zwei Kreise und die treten in Beziehung zueinander. Aber die werden auch erst zu einem Powercouple. Trotzdem sind sie aber immer noch zwei einzelne Personen. Genau. Und wenn du anfängst, als Einzelperson etwas zu verändern, verändert sich auch immer etwas in dem ganzen System der Beziehung. Deswegen, es lohnt sich auch als Einzelperson, da hinzuschauen und zu gucken. Und dann hat dein Partner auch wieder andere Andockpunkte. Also du veränderst auch etwas als Einzelperson. Genau, du spiegelst ja wieder was ganz was anderes. Genau. Jetzt aber die Frage, Tim, warum, beziehungsweise ist jetzt so eine Frage im Raum, vielleicht würde ich die auch beantworten, zu deiner Sache, die du gerade gesagt hattest. Warum sollte man sich denn transformieren? Warum sollte man denn diesen Schritt gehen, der so hart ist und sich mit seiner Identität auseinandersetzen, wenn man doch sagt, ja, aber das ist doch, das bin doch ich. Du kannst die beantworten, denk mal kurz drüber nach. Ich will nur auf der einen Seite sagen, die Welt ist paradox und es gibt paradoxe Wahrheiten. Und jetzt sagen vielleicht einige, aber das ist doch meine Geschichte und ich will auch nicht sagen, dass deine Geschichte unwichtig ist. Deine Geschichte ist wichtig und du kannst mit deiner Geschichte enorm viel anfangen und sie hat auch einen Sinn. Trotzdem ist es ein Unterschied, ob du dich von dieser Geschichte, von deinem Prägung, Konditionierung, Glaubenssätzen abhängig machst und dich limitieren lässt oder ob du aus dieser Geschichte lernst und dann dich transformierst in eine neue Identität, die mithilfe dieser Geschichte etwas bewirken kann hier auf der Welt. Ja, jetzt auf, finde ich mega gut. Warum man sich transformieren sollte, was bringt das jetzt überhaupt? Wir haben das halt beide in unserem Leben erfahren, dass, wie es ist, ein Leben im Flow zu führen. Ein Leben voller Leichtigkeit, voller einfach so das Leben genießen, dass irgendwie so alles gut ist und das ist, also wir beide glauben ganz, ganz fest daran, dass das für jeden möglich ist, unabhängig davon, was für eine Geschichte er hinter sich hat, was für Erfahrungen er gemacht hat, egal ob sie gut oder schlecht waren, aber letztendlich transformiert man halt oftmals die schlechten Erfahrungen. Aber dieses, diese Leichtigkeit, so gefühlt, naja, durchs Leben zu schweben trifft es nicht so ganz, weil es so ein bisschen, weil es so ein bisschen drüber ist irgendwie, aber so vom Gefühl her ist es, glaube ich, irgendwie auch so. Inner Drive passt vielleicht auch. Ja, Inner Drive ist so ein bisschen der innere Antrieb. Das Leben darf einfach sein. Ich glaube, das ist es so ein bisschen. Und auch eine Beziehung darf einfach sein. Und manche Menschen haben halt mehr Pakete in ihrem Keller. Ich glaube, haben wir das diese Folge schon gesagt? Die letzte Folge tatsächlich. Oder die letzte Folge. Es geht halt darum, seinen Keller aufzuräumen und um diese Leichtigkeit in sein Leben zu bringen. Und bevor du da jetzt weiter darauf eingehst, das geht nämlich schon in den nächsten Part. Wir möchten euch nämlich jetzt einmal ein paar Merkmale, um genauer zu sagen, fünf Merkmale mitgeben einer bewussten Beziehung, so wie wir, so wie unser Verständnis davon ist und wie wir es auch leben. Und dann wollen wir euch noch ein paar Tipps mitgeben für nächste Schritte, die ihr gehen könnt, um den Prozess anzukurbeln oder zu starten, je nachdem, wo ihr einfach steht. Und bevor, ich hatte gerade noch einen Gedanken, der wichtig war. Ja. Okay, vielleicht kommt er ja gleich nochmal wieder. Ja, wahrscheinlich. Also wir waren gerade bei, ah, bei Keller aufräumen, genau. Nee, sage ich gleich zu Keller aufräumen. Fangen wir erstmal an mit dem ersten Punkt. Magst du da vielleicht was zu sagen? Genau, der erste Punkt, der hört sich so vielleicht platt an, vielleicht auch nicht. Aber er macht halt einfach Sinn. Punkt eins ist Eigenverantwortung. Das heißt, alles, was gerade ist, da bist du auf eine gewisse Art und Weise selber für verantwortlich. Wie du gerade handelst, wie du denkst, bist du auf eine gewisse Art und Weise selber für verantwortlich. Und jetzt sagst du vielleicht so, na, aber in der Vergangenheit ist mir aber das und der Scheiß irgendwie passiert und da konnte ich ja jetzt nichts für. Richtig, und das darf man auch so anerkennen und wertschätzen. Genau, aber du kannst beeinflussen, wie du jetzt rückwirkend darüber denkst. Und ich glaube, da darf jeder in die Eigenverantwortung reingehen und diese Dinge transformieren, weil letztendlich entscheidest du, ob diese negativen Dinge oder positiven Dinge, was auch immer, einen Einfluss auf dein jetziges Leben haben. Und du kannst entscheiden, möchtest du jetzt in dieser Situation ein glückliches, zufriedenes und ein Leben voller Leichtigkeit führen. Und wenn du das möchtest, dann darfst du dich unter Umständen von Dingen aus deiner Vergangenheit verabschieden. Ja, voll gut. Okay, kommen wir zu Punkt zwei. Das ist das Commitment zu Wachstum. Und das ist, so wie Tim halt gerade schon gesagt hat, jeder für sich, jeder in der Eigenverantwortung. Also ich committe mich zu Wachstum und dass ich das halt wahrnehme, zur Weiterentwicklung. Mein Partner auch und wir gemeinsam auch. Also es sind halt nochmal, es sind eigentlich drei Bereiche, also jeder für sich und dann nochmal auf Beziehungsebene und also auch gemeinsam auf Beziehungsebene. Und das ist einfach so ein wichtiger Punkt, denn wenn ihr das für euch so festgehalten habt, wenn ihr so eine Vereinbarung quasi getroffen habt, dass das einer eurer Werte ist, Wachstum, dass ihr eine Kultur des Wachstums etablieren möchtet, dann ist es auch nicht mehr, dann lässt du dich auch nicht mehr so krass triggern, wenn dein Partner dich mal spiegelt zum Beispiel. Dann nimmst du das ganz anders wahr. Und das ist so ein bisschen, was der Tim gerade auch sagte mit Neutralität zu unserem Jetzt, hast du gesagt, ne? Zu unserer jetzigen Person. Ja, Neutralität im Jetzt und gegenüber so allen Themen irgendwie. Weil wenn du halt eine stark negative Meinung zu etwas hast, dann bist du halt nicht neutral. Ja, voll. Was mir total geholfen hat, vor allem auch in der Coaching-Ausbildung, wenn du anfängst, dich selber zu beobachten, wenn du ja quasi ein bisschen rausgehst aus der Situation und anfängst, dein Verhalten, also du merkst, da kommt eine Emotion hoch, du merkst, da ist ein Verhalten, du merkst, ist das jetzt eigentlich in dem Sinne normal? Was ist das da gerade, was mich stört? Und das dann vielleicht einfach auch erstmal niederzuschreiben, da kommen wir gleich noch zu, aber das erstmal wahrzunehmen. Werde ein Beobachter deines Verhaltens, deiner Gedanken. Und wenn du manchmal nicht genau weißt, hey, ist das eigentlich gerade, ist das normal? Mal, wo kommt das her, kannst du deinen Partner nämlich fragen. Und das ist halt, das ist so ein Geschenk von Beziehung und vor allem von bewusster Beziehung, dass du deinen Partner fragen kannst, dich eine Meinung einholen kannst und sagen kannst, hey, ich habe gerade den und den Gedanken, fühle mich gerade voll schlecht dabei, merke, dass mich das sauer macht, was denkst du denn dazu? Hast du das auch? Und so weiter. Ohne, dass dein Partner dich jetzt verurteilt, korrigiert oder sonst was, denn ihr habt euch committed für Wachstum in der Beziehung. Genau, und eine Ergänzung vielleicht da auch noch zu, wie man das vielleicht auch noch praktisch leben kann, dieses Commitment zu Wachstum. Wir beide sind mittlerweile so, dass wir jeden Tag lesen, wir schauen uns Dokus an, wir schauen uns TED-Talks an, wir machen Online-Kurse, wir machen all diese Dinge, weil wir uns selber irgendwann mal dieses Commitment für Wachstum gegeben haben. Das heißt, du kannst, egal ob du jetzt irgendwie eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde am Tag liest, das ist ja letztendlich total egal, aber du kriegst neue Impulse zu einem Thema, über das du dir gerade bewusster werden möchtest, was du vielleicht gerade aufarbeiten möchtest. Und wir haben das in einer der letzten Folgen, glaube ich, auch schon mal gesagt, wir haben immer so ein Gefühl, was das nächste Thema ist. Wir machen nicht mehr so einen Roundup und sagen so, ja, wir machen alle Themen jetzt, gucken uns mal alles an, sondern wir fühlen uns immer so rein in das Thema, was gerade für uns dran ist. Bei mir ist es zum Beispiel jetzt gerade das Money-Mindset, dass ich da noch mal ein bisschen mehr reingehe, dass ich mir da noch mal mehr Input hole. So, da fühle ich mich halt rein, aber ich lebe das auf einer täglichen Basis, indem ich jeden Tag morgens, weiß ich nicht, eine halbe Stunde lese und abends auch noch mal eine halbe Stunde. Aber es gibt mir einfach neue Impulse, über bestimmte Dinge zu denken. Und wenn du gerade empfänglich bist für dieses Thema, weil du dich ja vorher reingefühlt hast, dann kannst du viel, viel einfacher solche Wissensnetze aufbauen und Dinge miteinander connecten, weil du halt jetzt gerade offen dafür bist. Und es bringt nichts, irgendwelche Themen anzugreifen, wo du dir so denkst, ja, wäre cool, da mal reinzugucken, aber du hast da eigentlich gerade keinen Bock drauf. Und genau, das einfach wirklich auf einer täglichen Basis zu leben. Ja, absolut. Richtig, richtig gut. Der dritte Punkt. Ich will noch einmal ganz kurz erwähnen, das heißt nicht, dass wir immer alles hier perfekt hinkriegen, auf gar keinen Fall. Bei uns gibt es auch Phasen, wo wir uns anders fühlen und dann auch anders mit uns umgehen. Also wir gehen da wirklich sehr nach unserem Gefühl und Körper auch. Aber deswegen, es ist alles ein Prozess und auch das ist spannend zu beobachten, wenn da etwas anderes in dir hochkommt und das dann wahrzunehmen und damit dann umzugehen. Einfach nur noch mal als Randnotiz. So, der dritte Punkt ist, das ist das, was der Tim auch schon so gesagt hat, Keller aufräumen. Und zwar, wie räumt man den Keller auf? Durch die Bewusstwerdung von Konditionierung, Prägung, von Mustern, von Verhaltensweisen, die einen hindern, von Glaubenssätzen, die einen jetzt limitieren. Das ist halt das Spannende. Also du kannst dich halt analysieren und dann einfach gucken, was dient mir noch weiterhin und was halt nicht. Genauso wie auch zu Verletzungen, zu bestimmten Themen. Das ist einfach total wichtig zu wissen, hey, das ist ein Wunderpunkt bei mir. Und wenn Tim den nur einmal antutscht, werde ich hardcore getriggert und meine Emotionen gehen übermäßig durch mit mir. Und das ist einfach gut zu wissen. Genau, ein Punkt, den ich dazu noch ergänzen möchte, ist, du kannst nicht aus dir heraus, oder es ist mega, mega schwer, aus dir heraus dir dieser Konditionierung und Prägungen bewusst zu werden. Du brauchst auf eine gewisse Art und Weise einen Impuls von außen. Das heißt, das kann dein Partner sein, das können Bücher sein, das können Online-Kurse sein, was auch immer. Das kann auch ein Coach wie Darlene sein. Also nur Side-Notice. Wenn du solche Themen hast, Darlene ist ein richtig, richtig guter Coach, der dich darin unterstützen kann. Für Frauen. Für Frauen. Genau. Aber du brauchst auf eine gewisse Art und Weise einen Impuls von außen, um da in die Tiefe gehen zu können. Wir haben das selber. Wir können das aus eigener Erfahrung berichten. Das ist super, super schwierig, das von dir heraus irgendwie zu machen. Du brauchst irgendwas von außen, womit du dich connecten kannst. Oder auch nicht connecten kannst. Ja, das ist halt immer so ein Abgleich. Das meinte ich halt auch vorhin so mit, du kannst deinen Partner fragen. Es ist immer ein ständiger Abgleich. Wir Menschen sind Beziehungswesen. Wir beziehen uns auf andere Menschen. Und erst durch Kontakt und Interaktion und durch Beziehung zu anderen Menschen können wir uns selbst erkennen. Wenn wir die ganze Zeit alleine zu Hause hocken, können wir uns nicht weiterentwickeln oder einfach erkennen und uns so wahrnehmen. Außer du hast halt vielleicht Online-Kontakt, aber ich glaube, du weißt, was wir meinen. Und das ist einfach enorm wichtig. Und Beziehung hat diese Möglichkeit. Beziehung hat dieses Geschenk. Und damit kommen wir auch schon zu Punkt 4. Beziehung, eine bewusste Beziehung als Vehikel für Einheit, Wachstum und Heilung. Wir, wir heißen nicht umsonst, also ohne Witz diesen Namen Brave and One, dem wir diesen ganzen Projekt im Unternehmen gegeben haben, der ist Anfang 2018 auf der Couch entstanden, wo wir uns gegenüber saßen und gesagt haben, okay, Brave and One, jo, das ist es. Und ungelogen, sie jetzt fast, ja, zwei, zwei, dreiviertel Jahre ist es später und wir können immer wieder sagen, ach du meine Güte, dieser Name passt wie die Faust aufs Auge und wir können diese Namen, diese Wörter auch immer nochmal mit anderen Dingen füllen. Und One ist ein Bereich davon. Für uns ist Beziehung eine Einheit von zwei wunderbaren Einzelpersonen, die sich aber halt eben committen, wirklich auch eine Einheit zu sein. Und eine Beziehung kann dieses Vehikel einfach sein, dass du auch diese Einheit spürst. Also das ist halt, das ist so dieser, ich sage immer, dieses Wunder von Beziehung. Genauso auch bei Sex, wenn ihr eins werdet, das ist doch verrückt, was möglich ist hier auf der Erde, dass du das so erleben kannst, emotional und körperlich eins zu werden. Und das geht halt nur in einer Partnerschaft und unserer Meinung nach auch nur in einer committeten Partnerschaft, in einer Ehe, wo beide sich gegenseitig committen. Und um das Ganze nochmal miteinander zu connecten, mit dem, also mit dem dritten Punkt, mit dem Bewusstwerden und mit dem äußeren Impuls. Das ist halt so krass, wenn beide Partner sich für Wachstum committen. Das heißt, beide lesen irgendwelche Dinge oder kriegen irgendwelche Impulse von außen, lassen sich coachen, machen Online-Kurse oder sonst irgendwas. Dann feuert das permanent hin und her und man beeinflusst sich immer und immer wieder auf neue Arten und Weisen und man lernt neue Dinge über sich und dadurch spiegelst du dem anderen ja auch direkt wieder andere neue Dinge. Und du kannst viel schneller wachsen, das ist halt richtig krass. Ja, also du kannst, du hast, wenn du in einer Partnerschaft bist und Wachstum für dich nutzt, dann hast du, dann bist du nicht limitiert auf die Möglichkeiten, die dir selber geboten sind, dass du zum Beispiel Bücher liest oder irgendwelche anderen Möglichkeiten nutzt, sondern du hast ja direkt auch das Feedback von deinem Partner und der kann dir das auch wieder direkt spiegeln und dein Partner lernt ja auch weiter. Und das ist so, das ist so, ja, der Inbegriff von einem Wachstumsbeschleuniger, also nutzt das. Ja, und auch der Inbegriff von, welchen Impact das hat, wenn man als Team zusammenarbeitet. Ja. Richtig stark, ja. Was ich auch noch zu Punkt vier sagen wollte, Beziehung als Vehikel für Einheit, Wachstum und Heilung. Ich wollte noch was zur Heilung sagen. Ja, man kann durch eine Beziehung in gewissen Punkten geheilt werden. Das kann zum Beispiel sein, dass du einen Glaubenssatz hast, der dich wirklich, wirklich limitiert und der dich niedermacht, der vielleicht irgendwann mal aufgetreten ist und du kommst dann in eine Beziehung und dieser Glaubenssatz wird gebrochen, weil zum Beispiel dein Partner dich ganz anders annimmt. Der hat eine ganz andere Liebe zu dir, die du vorher in dem Sinne dann noch nicht erfahren hast. Und das ist möglich. Das kann zum Beispiel auch sein. Tatü-tata. Tatü-tata, falls ihr das hört. Wir wohnen ja in Köln, haben wir letzte Woche schon gesagt. Junge, Junge. Und das kann zum Beispiel sein, dass du mit einem Körperteil oder so so hart unzufrieden bist und du dann einen Partner hast, der dieses Körperteil liebt. Dadurch kann auch in gewisser Form was geheilt werden. Also, es ist möglich durch eine sichere Bindung, durch eine sichere und wirklich beständige und sehr liebevolle, voller Liebe, bedingungsloser Liebe in dem Sinne, von dem Partner, dass man dadurch geheilt werden kann in manchen Punkten. Nicht in allen, aber es ist auf jeden Fall möglich. Und ich glaube, manchmal sind die Päckchen halt so groß, manchmal ist der Keller so voll, dass du einfach nicht in der Lage bist, in Beziehung zu treten, in eine committed Partnerschaft. Das ist halt manchmal einfach nicht möglich. Der Partner kann unterstützend wirken, wenn man seinen Keller aufräumt, definitiv. Aber prüfe immer, bevor du in eine Beziehung gehst, wie voll ist mein Keller und mit welcher Intention gehe ich in die Partnerschaft? Erwarte ich dadurch ja quasi Liebe und wird dadurch mein Selbstwert gepusht? Also hinterfrag auch immer die Intention. Das ist so ein bisschen die, ich habe das halt leider schon oft erlegt, dass zwei Leute in eine Beziehung gekommen sind mit einem sehr vollen Keller und das halt einfach nicht geklappt hat und nur noch mehr Verletzungen hochgekommen sind. Deswegen, ja. Hättest du voll, da hat sich für mich nur noch die Frage entschlossen. Vielleicht hast du da eine Antwort drauf, vielleicht auch nicht, aber wäre vielleicht ganz cool. Gibt es für dich irgendwie so ein Gratmesser, an dem du sagen würdest, okay, so die, der Keller ist jetzt so und so voll, ab jetzt ist es okay und ab jetzt ist es nicht okay? Gibt es sowas? Boah, ich finde das super schwer zu sagen, weil es kommt natürlich darauf an, was da für Päckchen drin sind. Und die sind natürlich hoch individuell. Also du kannst natürlich jetzt nicht sagen, okay, der hat im Bereich Sexualität zum Beispiel ein enorm großes Päckchen, weil da sehr viele Verletzungen, falsches Bild von Sex und so weiter. Das könnte jetzt zum Beispiel ein Päckchen sein. Ich glaube, dass so ein Päckchen durch eine gesunde Sexualität, durch einen gesunden Aufbau von Sexualität und dass das in der Partnerschaft tatsächlich auch geheilt werden kann. Aber wenn da jetzt noch tausend andere Päckchen sind, also um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, ich habe kein Gradmesser, weil das super individuell ist. Aber was für mich auf jeden Fall ein großer, großer Einflussfaktor ist, ist tatsächlich das Bindungsverhalten und der eigene Bindungsstil. Das sind so grundlegende Dinge. Also es ist, ich glaube, also das grundlegende Ding, was komplett deine Beziehungsdynamik und dein Beziehungsverhalten beeinflusst. Und hör super gerne mal rein. Ich glaube, das ist zwei Folgen zurück. Die vorletzte Folge, da habe ich über Bindungsstile gesprochen. Das ist so ein tiefes Thema. Aber wenn du zum Beispiel Bindungs-, ja, also eher vermeint oder einen ängstlichen Bindungsstil hast und du dann auch in dieser Kombination von den Bindungsstilen zusammenkommst, dann ist das einfach verdammt schwierig. Das ist wirklich du, also kaum so wirklich, also das ist dann nicht heilsam, sondern eher verletzend. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass, wenn man einen sehr vollen Keller hat, dieser Keller in jeder Form von Beziehung wieder auftritt. Also wahrscheinlich, wenn du jetzt sagst so, du hattest jetzt schon ein paar Beziehungen und es sind immer wieder dieselben Probleme aufgetreten. Dann lohnt es sich, an der Stelle vielleicht mal da genauer hinzuschauen und dir mal zu überlegen, was möchte ich eigentlich verstecken? Genau. Vielleicht liegt das gar nicht an den anderen, sondern vielleicht habe ich da auch ein bisschen was aufzuräumen. Und dann kann man seinen Keller vielleicht so weit entrümpeln, dass man da in die nächste Beziehung gehen kann. Da vielleicht drei Key-Fragen dazu. Was möchte ich verstecken? Warum möchte ich in eine Beziehung? Und was ist mein Bindungsverhalten? Absoluter Game Changer. Okay, Punkt fünf. Merkmale von einer bewussten Beziehung und dann haben wir es da auch quasi schon. Haben wir schon ein bisschen angerissen. Also wirklich gemeinsam als Paar alle Lebensbereiche weiterentwickeln. Das heißt nicht, dass alle Lebensbereiche immer gleich stark weiterentwickelt sind. Alle weiterentwickeln, aber nicht gleichzeitig. Nee, das ist, also da wirst du ja bekloppt bei. So wie Tim schon gesagt hat, die Lebensbereiche, die rufen dich und mal bist du mehr in Spiritualität und Glaube drin, mal bist du mehr in Finanzen drin, mal bist du mehr in Gesundheit. Also absolut individuell, aber du wirst das schon merken, wo dann halt einfach der nächste Step ist, den du gehen kannst. Vielleicht ein kleines Bild für dich. Stell dir jeden einzelnen Bereich so als so ein kleines Türmchen aus Backsteinen vor. Und jedes Mal, wenn du dich in einem Bereich weiterentwickelst, dann legst du da so ein kleines neues Backsteinchen drauf. Und so wachsen die Türme immer weiter und immer höher. Aber du kannst halt nicht gleichzeitig überall dieselben Steine drauflegen. Das funktioniert halt nicht. Deswegen wird das immer so sein, dass manche Bereiche weiter sind als andere. Aber die Türme wachsen trotzdem alle. Und die Steine oder die Größe des Turms, die wird ja nicht verringert, nur weil du da nicht mehr hinguckst, sondern du etablierst ja Denkmuster, etablierst Routinen, entwickelst einfach über, wie du über bestimmte Sachen denkst. Und das geht ja nicht weg. Deswegen lohnt es sich voll, einfach in die einzelnen Bereiche immer jeweils einzeln reinzugehen, den zu optimieren, da weiterzukommen und dann guckst du weiter. Und da auch noch mal, wenn du in einem Lebensbereich anfängst, die beeinflussen sich alle gegenseitig. Also das heißt, egal ob du jetzt über unseren Podcast hier reingekommen bist und merkst, boah, da ist noch so viel mehr möglich, mein Horizont hat sich geweitet, dann bist du über Bereich Beziehung, Partnerschaft hier reingekommen, aber merkst, da gibt es noch die ganzen anderen Lebensbereiche. Es kann aber auch sein, dass du über Finanzen oder Gesundheit reingekommen bist und merkst, boah, Bereich Beziehung ist auch mal dran. Also die ganzen Bereiche beeinflussen sich gegenseitig. Ja, das noch. Und was halt daraus auch entstehen kann, tatsächlich, wenn man diese bewusste Beziehung so lebt, nach diesen fünf Merkmalen, dass dann auch ein gemeinsamer Sinn entstehen kann. Und das ist für uns auch wirklich ein Herzensanliegen, so kann man das wirklich sagen, weil egal wie groß oder klein dieser Sinn ist, ihr müsst nicht so zusammenarbeiten wie wir, auf gar keinen Fall. Das können auch ganz viele Paare nicht, das müssen die meisten Paare nicht. Wie gesagt, das passt ja jetzt zu uns, das ist nicht allgemeingültig. Was aber trotzdem genauso umgesetzt werden kann, ist halt einfach einen gemeinsamen Sinn zu haben. Das kann sein, dass ihr sagt, hey, unser Herzensanliegen ist es wirklich, eine gesunde Familie aufzubauen. Und da hat die Familie einfach eine hohe Priorität. Oder ihr sagt, uns ist es ein Anliegen, in dem Brennpunktbereich der Stadt die Kinder zu unterstützen. Uns ist es ein Anliegen, zum Beispiel die Nachhaltigkeitsszene zu unterstützen. Uns ist es ein Anliegen, dass nicht mehr ... Im Fußballverein der Kinder, Trainer und, keine Ahnung, Co-Trainer zu sein oder so. Einfach, wo könnt ihr gemeinsam ... Etwas Positives. Genau, einen positiven Einfluss auswirken. Doch. Wie könnt ihr in dieser Welt einen positiven Einfluss haben? Ja, genau. Und das könnte dann unter anderem euer gemeinsamer Sinn sein. Gemeinsame Werte entwickeln, gemeinsame Missionen, Visionen. Also, da gibt es noch ganz viel. Das ist für mich schon fast mehr auch so dieser Powercouple-Bereich. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Wir haben mal eine Pyramide bei Instagram geteilt. Dann ist unten, das unterste ist funktionale Beziehung. Dann kommt der Bereich gesunde Beziehung. Und dann kommt die Spitze, ist bewusste Beziehung und Powercouple. Und das ist so eins. Das schließt sich nicht aus. Sind aber trotzdem zwei Bereiche. Und gemeinsamer Sinn und gemeinsame Mission ist auf jeden Fall so mehr dieses Powercouple-Ding. Entspringt aber, glaube ich, auch, also beeinflusst dich auch gegenseitig. Ich glaube, wenn du merkst, du bist ein Powercouple, dann kannst du auch, dann bist du auch bewusst und andersrum auch. Genau. So, und damit kommen wir jetzt noch zu den Next Steps, die ihr jetzt quasi angehen könnt. Wir haben ja zwischendurch immer schon ein bisschen was geteilt. Aber, genau, da wollen wir noch mal kurz drauf eingehen. Punkt eins, der jetzt hier gerade nicht steht, aber den ich noch kurz noch mal ergänzen möchte. Aha. Leute, Weiterbildung ist key. Ja, voll. Fangt an zu lesen. Nur dadurch könnt ihr euch, könnt ihr euch weiterentwickeln. Nur dadurch könnt ihr Leichtigkeit in euer Leben bringen. Und nur dadurch wird es auch leicht, eine Beziehung zu führen. Ja, der Horizont wird auch einfach erweitert. Der zweite Punkt, den wir euch mitgeben möchten als Tipp, was ihr machen könnt, um quasi eine bewusste Beziehung rein zu starten, die anzukurbeln, je nachdem, wo er da einfach steht, das eigene Verhalten wirklich zu hinterfragen. Fangt einfach alles an zu hinterfragen. Und zum Beobachter seiner selbst zu werden. Ja. Und das ist wirklich etwas, was jetzt auch bei mir erst dieses Jahr kam. Also vorher auch schon, aber dass ich das wirklich so komplett auch wirklich regelmäßig im Alltag praktiziere, ist erst dieses Jahr so richtig gekommen. Und wirklich sein eigenes Verhalten zu hinterfragen und zu sagen, hey, da kommt was auf. Wo kommt denn das her? Wie siehst du das denn, Tim? Und so weiter. Der nächste Punkt ist, Probleme nicht für selbstverständlich zu nehmen, sondern zu hinterfragen, wie man daran arbeiten kann und die entweder aus dem Weg räumt oder damit umgehen lernt und so weiter. Genau. Und der letzte Punkt ist, sich selber kennenlernen und den Partner kennenlernen und auch verstehen lernen. Das ist, boah, ich glaube, so einer der krassesten Dinge, die uns auch so in den letzten Jahren einfach passiert ist, dass wir einfach angefangen haben, uns in den unterschiedlichsten Bereichen neu kennenzulernen. Was uns da, wir wiederholen das auch immer mal noch zwischendurch, wie gut da einfach Persönlichkeitstests sind. Da gibt es super viele. Da gibt es den Disk-Test, da gibt es den 16 Personalities, das ist, glaube ich, dasselbe, ne? Ja, es ist alles im Grunde. Es gibt den 16 Personalities-Test, How to Fascinate. Die vier Menschentypen von Tobias Beck. Die vier Menschentypen von Tobias Beck. Human Design. Also alle zeigen halt letztendlich eine unterschiedliche Facette deiner Persönlichkeit und auch der Persönlichkeit deines Partners. Und je mehr du über dich selber lernst beziehungsweise du herausfindest, mit welchen Dingen du resonierst, bei uns resonieren auch nicht immer alle Dinge, die in diesen Ergebnissen dieser Tests stehen, aber wir lernen uns immer und immer wieder auf eine neue Art und Weise kennen. Und das hilft uns dabei, dem anderen auch wieder etwas zu spiegeln beziehungsweise gespiegelt zu werden. Das ist wieder, du entwickelst dich und dann feuerst du wieder hin und her mit deinem Partner und dadurch entsteht noch mal eine Stufe von Wachstum. Also das ist letztendlich ein Multiplikator von dem Wachstum, was dann eh schon dadurch entsteht. Ja, absolut. Genau, also lernt euch kennen, lernt eure Verhaltensmuster zu hinterfragen und zu gucken, wo die herkommen und da einfach auch mehr Leichtigkeit in eure Beziehung zu bringen. Und jetzt ganz kurz und knackig nochmal die ... Du hast ... die Kassette springt. Du hast gerade nämlich gesagt, das war schon der letzte Punkt, aber da sind noch zwei. Das ist ganz witzig, weil wir machen das nämlich immer mit Google Drive und da sind immer so unterschiedliche Seiten. Aber das ist bei mir alles auf einer Seite. Bei dir nicht. Bei mir ist das nicht auf einer Seite. Ich habe nämlich noch zwei andere Punkte, die ich aber auch nicht vernachlässigen möchte. Deswegen will ich die noch eben kurz mal reinstopfen. Also noch zwei weitere Next Steps. Genau. Also einmal könnt ihr nämlich auch ein Journal führen, das habe ich einmal schon mal kurz gesagt, über Dinge, die halt einfach hochkommen, zum Beispiel Trigger oder Glaubenssätze oder Verhaltensweisen, die euch halt hindern, stören, limitieren und die dann einfach mal niederzuschreiben und einfach mal arbeiten zu lassen, darüber nachzudenken, wo diese herkommen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt für alle verlobten Paare oder im ersten Hochzeitsjahr. Wir haben diesen One-Bereich, diesen Beziehungsbereich, alles, was auf dieser Beziehungsebene ist, wie ihr euch auch besser kennenlernt als Einzelpersonen und auch in der Beziehungsdynamik. Wir haben diesen Online-Kurs Elements of Love zur Ehevorbereitung und da sind all diese Dinge drin. Das ist ein super, super Start, um da einfach alles einmal aufzuarbeiten, was die ganzen Beziehungsthemen angeht. Deswegen, wenn ihr verlobt oder frisch verheiratet seid, können wir das auch absolut empfehlen, da reinzuschauen. Genau, wir packen euch in die Shownotes auch den Link zu dem Webinar. Da lernt ihr schon was über Kommunikation. Das ist eins der wichtigsten Skills. Genau, schaut euch unbedingt dieses Kommunikationswebinar an, weil da werdet ihr auch schon mega viel über euch lernen und über eure Kommunikationsstrategien und ja, macht einfach mega Sinn. Und das ist halt, da muss ich auch noch mal sagen, wenn ihr jetzt sagt, bewusste Beziehung ist so, boah, das klingt so gut. Es ist aber wichtig, dass ihr halt unten anfangt und einmal diese ganzen Beziehungsthemen klärt und dann halt einfach auch diese Stufen hochgehen zu können. Und also man kann nicht springen, es ist ein Prozess. Deswegen, diese Themen sind unfassbar wichtig, gerade wenn man heiratet. Genau, Next Step könnte man auch noch ergänzen, holt euch jemanden von außen, der euch Feedback gibt. Das kann ein guter Freund sein, das kann aber auch jemand Geschultes sein, wie zum Beispiel ein Coach oder ein, ja, ein Therapeut oder sonst irgendwas, der das Ganze mit dir dann anguckt. Genau. Okidoki, ihr Lieben. Boah, das war eine gute Folge. Ich habe, hat richtig Spaß gemacht, das musste mal von der Seele runter. Genau. Ich fasse euch das nochmal einmal ganz kurz zusammen. Die Merkmale einer bewussten Beziehung. Punkt eins, Eigenverantwortung. Das heißt, du guckst immer für dich, du hast alles selber in der Hand und kannst alles transformieren. Punkt zwei, Commitment zu Wachstum, sowohl persönlich als auch des Partners. Das heißt, immer gucken, wo ist das nächste Level. Und wie kann ich meinen Partner auch unterstützen? Punkt drei, Bewusstwerdung von Konditionierung, Prägungen, Mustern, Verhaltensweisen, Verletzungen, etc. All diese Dinge lernst du einfach so mit einem Auge da so drauf zu schauen. Punkt vier, nutze die Beziehung als Vehikel für Einheit, Wachstum und Heilung. Und Punkt fünf, gemeinsam als Paar alle Lebensbereiche weiterentwickeln und daraus gemeinsam vielleicht einen gemeinsamen Sinn entwickeln. Perfekt. Genau, das war unsere Folge zum Thema, wie man eine bewusste Beziehung führt beziehungsweise so ein bisschen so, wie wir darüber denken. Es war eine sehr intensive Folge, glaube ich. Aber voll gut, dass wir die gemacht haben. Ja. Genau. Seid da nicht drum herum gekommen. Teilt da super gerne mit uns, wie ihr über diese Folge denkt. Schreibt uns auf Instagram, teilt die Folge super gerne, wenn ihr das hört, in der Story. Wir reposten immer super, super gerne. Und ja, freuen uns darauf, dann in der nächsten Woche eine weitere Folge mit euch teilen zu dürfen. Habt eine richtig gute Woche. Bis dann. Ciao.